Matthias Baranowski ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Seine ersten Schritte als Fußballspieler machte der Stürmer bei der Hamer SPVG. Über den VfL-Kammen wechselte er 1986 als 19-Jähriger zu Rot-Weiß Oberhausen. Trainer Christoph Daum holte den Stürmer 1987 zum 1. FC Köln in die 1. Bundesliga. Pierre Litbarski bezeichnete ihn damals als der rote Blitz aus Oberhausen, was wohl auf seine Haarfarbe und Schnelligkeit anspielte. Zu dieser Zeit bestritt er auch sein einziges Spiel für die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft. Nachdem er sich in Köln nicht durchsetzen konnte, wechselte er 1988 zum FC 08 Homburg, wo er zum Stammspieler wurde. Seine Torausbeute blieb auch dort mit neun Toren in 48 Spielen bescheiden. Drei Jahre später wurde er zum damals in die zweite Bundesliga aufgestiegenen 1. FC Schweinfurt 05 verliehen, welcher jedoch postwendend wieder abstieg. So dass Baranowski zum FC 08 Homburg zurückkehrte. In der Spielzeit 1995-96 wurde Matthias Baranowski nochmals in der Oberliga Hessen gesichtet. Er spielte damals ab der Rückrunde für die SG Bad Soden. Mitspieler waren U. A. Martin Buchhold und Michael Wolf. Seine Karriere beendete er beim Amateurverein VfK Werdenhofen.